Hey, schau dir den Monstermann an! Das ist mein Vater, pass auf, was du sagst. Naja, er sieht aus wie ein Freak und du auch. Warum trägst du überhaupt diese Maske? Hast du hässliche Hexenzähne? Ich trat ihr ins Bein und rannte davon. Was hat es für einen Sinn, einer Idiote meine Stauballergie zu erklären? Und wie kann sie es wagen, sich über meinen Vater lustig zu machen? Hi, mein Name ist Daisy und ich werde verrückt bei Sand, Staub und Dreck. Ich kann nicht mal die Blume riechen, ohne wie verrückt zu niesen. Ich wurde sehr lange zu Hause unterrichtet, aber ich wollte einfach, auf die Highschool zu gehen. Dad stimmte zu. Schätzchen, du hast den Wurst verpasst. Soll ich dich heute absetzen? Nein, ich laufe einfach, Dad. Ich wusste, dass es so spät werden würde, aber ich wollte nicht, dass die anderen Kinder ihn sahen. Ich wusste, wie Leute ihn ansahen und ich hatte die verletzenden Dinge gehört, die sie sagten. Und mein Leben war schon schwer genug in der Schule. Aua, pass auf, wo du hinläufst. Friss Dreck, Termite. Lana, sie hatte was gegen mich, seit dem Tag, an dem ich hierher kam. Warum mussten alle bösen Mädchen so hübsch sein? Jeder Junge in unserer Klasse war wahrscheinlich in sie verknallt, einschließlich Keith. Oh, Keith. Das Lächeln dieses Jungen. Als ich sah, wie Lana mit ihm kuschelte, schickte ich mentale Flüche in ihre Richtung. Mögest du fett werden, Lana. Nie wieder in das Cheerleader-Outfit passen. Hey, cooles T-Shirt. Ich konnte sehen, dass Shane irgendwie in mich verliebt war. Aber wen kümmert's? Ich war in Keith verliebt. Als wir zum Unterricht gingen, sah er mich an. Ich liebe dein T-Shirt. Oh mein Gott, war ich froh. Ich liebe dich auch. Was hast du zu meinem Freund gesagt? Ich bin nicht dein Freund, Lana. Ich dachte, wir hätten das besprochen. Ich murmelte irgendeine lahme Ausrede und rannte weg. Meine Güte. Man könnte meinen, ich hätte Steine im Kopf statt ein Hirn des Genies. In diesem Moment kam Lana ins Bad und sagte, dass der Matheunterricht in den Kunstraum verlegt wurde. Ich spritzte mir Wasser ins Gesicht und war bereit zu gehen, als ich merkte, dass meine Maske weg war. Mein Gott, diese Mädchen sind so kleinlich. Ich machte mir schnell eine behelfsmäßige Maske aus Papiertüchern und ging in den Kunstraum. Das war alles eine Falle. Hey, bereit für etwas Kunst und Handwerk. Und bevor ich mich versah, hatte Lana ein ganzes Glas Glitzer in mein Gesicht geworfen. Ich konnte nichts mehr sehen und ließ die Maske fallen. Ich konnte spüren, wie Panik in mir aufstieg. Meine Haut blähte sich auf. Oh Gott, ich konnte kaum atmen. Was macht ihr da? Das geht zu weit. Keith packte meine Hand und eilte mit mir ins Büro der Krankenschwester. Das wäre ein traumhafter Moment gewesen, wenn ich mich nicht so gefühlt hätte, als würde ich gleich sterben. Die Schwester gab mir ein Allergikum und eine Creme gegen den Ausschlag. Nach der Spritze fühlte ich mich schläfrig und Keith bat an, mich nach Hause zu bringen. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Was? Warum wurde er langsamer? Ich wollte nur, dass er weiterfährt. Wir sind da, Schlafmütze. Er öffnete die Tür und half mir raus und plötzlich blieb er stehen. Ich war hellwach. Ich geriet in Panik, als ich meinen Dad auf der Veranda sah. Oh mein Gott, was würde Keith denken? Was, wenn er es allen erzählt? Was, wenn er was Verletzendes sagt? Wer ist das? Oh, nur ein fernter Verwandter. Möchtest du Samstag mit mir ausgehen? Im Ernst? Die Macht war mit mir. Ich hätte das T-Shirt schon vor einem Monat anziehen sollen. Was ist mit Lana? Sie hat nichts gegen dich in der Hand. Ich habe dich neulich ohne Maske gesehen und du bist das hübscheste Mädchen, das ich je gesehen habe. Ich fühlte mich, als wäre ich direkt in den Himmel geschossen worden. Als Keith weggefahren war, nahm ich Dad in den Arm und wir gingen hinein. Dad, wir haben schon so oft drüber geredet. Ich will nicht, dass meine Freunde dich sehen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich weiß, ich weiß. Als ich am Abend in die Küche ging, sah ich zu meiner Überraschung einen großen Korb auf den Tisch und einen Zettel. Hoffentlich geht es dir bald besser. Wer hätte gedacht, dass Keith so ein Romantiker ist? Ich konnte es kaum erwarten. Am nächsten Tag in der Schule holte ich ihn ein. Danke für gestern. Komm, das war nichts. Als wir zum Unterricht gingen, sah ich Lana neben dem Spind. Ich musste schnell mein Revier markieren. Ich steckte meine Hand in seine Tasche. Er lächelte und legte seinen Arm um mich. Ja, die perfekte Revanche. Ich dachte, Lana würde würgen und ohnmächtig werden. Ich wusste, dass ich auf mich aufpassen musste, aber es war total alles wert. Ich genoss jede Minute, Keiths Freundin zu sein. Ich hatte gerade so viele Stufen auf der sozialen Leiter übersprungen. Er war so süß. Eines Tages ging meine Maske kaputt und Keith holte sofort eine aus seiner Tasche. Ich habe immer eine für dich dabei. Ich schmolz dahin. An einem anderen Tag kam ich zur Schule und er stand neben mir. Aber er war dreckig, deshalb mussten wir Abstand halten. Was ist passiert? Ich kann nicht glauben, dass ich das tun würde. Wer, was hast du mit meinem Spind gemacht? Ich, ich wollte dich überraschen. Als ich ihn öffnete, war ich mit Dreck bedeckt. Ich wollte ihm helfen, aber ich konnte nicht riskieren, meine Allergie auszulösen. Oh mein Gott, Keith, was ist passiert? Hier, lass mich dir helfen. Du, schau, was du angerichtet hast. Nimm deine dreckigen Pfoten von meinem Freund. Hör auf damit, Lana. Aus dir und mir wird nie was. Ich wollte ihm nachgehen, aber ich wusste, dass ich ihm nicht helfen konnte. Aber ich kannte jemanden, der es konnte. Shane, könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du ihm bitte nachsehen, ob es ihm gut geht? Keith hatte den ganzen Tag danach schlechte Laune. Ich dachte, der Tag könnte nicht mehr schlimmer werden, aber Junge, ich lag falsch. Als ich gerade nach Hause gehen wollte, sah ich etwas auf der anderen Straßenseite. Was zur Hölle? Mein Dad war hier, um mich abzuholen? Wir würden uns zum Gespött machen. Warum hört Dad nie zu? Ich schlüpfte durch das Meer von Kindern und rannte schnell weg von meinem Dad. Ich duckte mich in eine Gasse, als ich eine Abkürzung nehmen wollte. Ich war schon halb durch, als drei Jungs mir den Weg versperrten. Was wollen diese Idioten? Was glaubst du, wo du hingehst? Ich sagte ihnen, dass ich kein Geld habe, aber sie versuchten weiter, mir die Tasche zu entreißen. Plötzlich verlor ich das Gleichgewicht und fiel in eine Pfütze aus Schlamm. Ich spürte, wie meine Arme sofort anfingen zu jucken. Ich wollte gerade mit meiner Tasche wegrennen, als ich einen Schatten sah. Warum sucht ihr euch nicht jemanden in eurer Größe? Ich kannte diese Stimme. Shane! Ich hätte nicht glücklicher sein können in diesem Moment. Ein Blick auf Shane genügte, um die Tasche fallen zu lassen. Er half mir auf und wischte mir schnell den Schlamm ab. Ich fühlte mich irgendwie warm und flauschig, als ich ihn ansah. Er bot mich an, nach Hause zu begleiten und ich hatte vergessen, wie einfach und lustig es war, mit Shane zu reden. Ich war so auf Keith konzentriert, dass ich gar nicht bemerkt habe, wie sehr ich das vermisst habe. Sobald ich nach Hause kam und meinen Vater sah, war ich irritiert. Dad, warum bist du gekommen, um mich abzuholen? Du hast keine Ahnung, was die Leute in der Schule alles sagen werden. Als ich mich zu Shane umdrehte, sah ich, dass er einen seltsamen Gesichtsausdruck hatte. Warum interessieren diese Idioten dich überhaupt? Ich dachte, du wärst anders und würdest dich nicht darum scheren, was Leute denken. Vielleicht habe ich mich geirrt. Er drehte sich um und ging. Er wusste nicht, wie schwer mein Leben war. Am nächsten Tag in der Schule miet Shane mich. Es war mir völlig egal. Ich war Keith-Mädchen und er war alles, was ich brauchte. Am nächsten Morgen klingelte jemand an der Tür und ich öffnete sie mit einem großen Gänseblümchen vor der Türschwelle. Vorsichtig hob ich den Zettel. Ein paar Gänseblümchen für mein Gänseblümchen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Babe. Kann es nicht erwarten, dich zu sehen. Umarmung von Keith. Ich knallte schnell die Tür zu, aber es war süß und wirklich dumm. Es war nicht mal mein Geburtstag. Er sollte es wissen. Eines Tages fing Lanas Lakaien an, mir nach der Suche nach Hause zu folgen. Ich hatte Angst, sie würden mir wehtun, aber sie drehten sich einfach um und gingen, als ich nach Hause kam. Am nächsten Tag, als ich in die Schule kam, schienen alle über mich zu lachen. Hatte ich was im Gesicht? War da ein Loch in meiner Hose? Ich ging schnell zu meinem Spind und erstarrte. Ich hatte das Gefühl, dass die Welt um mich herum zerbrochen war. Da war ein Bild von mir mit Quasimodo. Drauf stand, ich sah einen Freak und sollte zum Zirkus gehen. Sie hatten mich zum Freak gemacht wegen meinem Vater. Ich riss das Poster vor meinem Spind und rannte raus. Auf dem Weg nach Hause konnte ich nicht aufhören zu weinen. Mein Vater war überrascht, mich so früh zu sehen. Ich ging in mein Zimmer. Kurze Zeit später kam er in mein Zimmer und erstarrte, als ich sah, was er in seiner Hand hielt. Das verdammte Poster. Er setzte sich auf mein Bett und zitterte. Ich war entsetzt. Papa, es tut mir leid, dass dein Leben so schwierig ist, Daisy. Nein, Dad, ich würde nie etwas an dir ändern. Es ist nicht deine Schuld, dass die Leute furchtbar sind. Ich brach in Tränen aus. Ich fühlte mich so schrecklich wegen der Dinge, die er lesen musste. Ich wusste, dass es nicht seine Schuld war. Aber mein Leben in der Schule wäre jetzt die Hölle. Gott sei Dank standen die Sommerferien vor der Tür. Und ich würde nicht in die Schule gehen müssen. Wenigstens hatte ich meinen Freund. Aber er schien ein bisschen beschäftigter zu sein als sonst. Am Wochenende lud mich Keith zum Lagerfeuer am Strand ein. Aber Sand und ich passen nicht gut zusammen und mein Dad wollte mich davon abhalten. Ich wollte aber bei Keith sein und ihm Lana vom Hals halten. Die Strandparty war im vollen Gange, als ich ankam. Keith konnte seine Augen nicht von mir lassen. Er zog mich an sich und küsste mich. Wow, ich war noch von dem Kuss so überwältigt, als ich Lana sah. Sie starrte mich an wie ein Dolch. Und ein paar Meter weiter entdeckte ich Shane. Aber heute war mein Abend und ich ließ sie mir von niemandem verderben. Keith und seine Freunde hingen in der Nähe des Feuers rum. Aber von der Asche wurde mir schlecht. Ich muss weggehen. Er sah verärgert aus, sagte aber nichts. Nach einer Weile sagte er, will er ein bisschen mit den Freunden abhängen. Und fing an, Beachvolleyball zu spielen und ließ mich alleine. Mir wurde langweilig und ich beschloss mir, das Spiel aus der Nähe anzusehen. Plötzlich stieß ich mit jemandem zusammen und ich landete mit dem Gesicht auf dem Sand. Meine Allergien spielten verrückt. Meine Augen waren so geschwollen, dass ich kaum noch was sehen konnte. Keith drückte mir einen Inhalator an den Mund und brachte mich ins Krankenhaus. Als meine Allergien abgeklungen waren, sah ich mich nach ihm um, fand aber Shane. Er sagte mir, dass Keith mitten im Spiel war und Shane gebeten hatte, mich ins Krankenhaus zu bringen. Der Arzt sagte, dass meine Allergien wirklich verschlimmert worden seien und mindestens ich eine Woche lang zu Hause bleiben sollte. Ich konnte nicht glauben, dass Keith so egoistisch war. Dad hat sein Bestes gegeben, um sich um mich zu kümmern. Keith war nicht einmal vorbeigekommen. Er hatte nicht mal eine SMS geschrieben. Wie hatte ich das nicht sehen können? Sobald ich konnte, ging ich zu ihm. Er hat mich nicht erwartet. Oh hey, was machst du hier? Was bist du für ein Freund? Hätte ich gewusst, wie egoistisch du bist, wäre ich nie mit einem Abschaum wie dir ausgegangen. Mit uns ist es aus, er hielt inne. Wie auch immer. Wenn es das ist, was du willst, Babe, es ist sowieso zu anstrengend, mit dir zusammen zu sein. Du saugst an jedem Spaß. In diesem Moment hörte ich das schallende Lachen eines Mädchens von drinnen. Ihr zwei habt euch verdient. Ich drehte mich um und ging. Ich hatte nicht vor, wegen dieser Beziehung meinen Schlaf zu verlieren. Im Laufe des nächsten Jahres wurden meine Allergien immer schlimmer und schlimmer, bis zu dem Punkt, an dem ich einen Schutzanzug tragen musste. Das Gute daran war, dass es niemand mehr interessierte. Ich war wieder unsichtbar. Dad beschloss, es ist Zeit für einen Neuanfang und wir zogen aufs Land. Da war die Luft viel sauberer. Ich vermisste eigentlich niemanden von zu Hause außer Shane. Er war immer für mich da gewesen und ich hatte ihn für selbstverständlich gehalten. Ich schrieb ihm einen Brief, in dem ich mich für alles entschuldigte. Eines Tages, als ich von der Schule nach Hause kam, war ich überrascht. Da waren Leute vom Kinderschutzbund und wollten mich mitnehmen. Was soll das heißen, mich mitnehmen? Wir glauben, dass Mr. Smith in Anbetracht deines derzeitigen Gesundheitszustands kein geeigneter Vormund mehr ist. Vormund? Sie müssen das falsche Haus sein. Ich wohne bei meinem Vater. Nein, Daisy. Als alle Pflegestellen sich weigerten, sich um dich zu kümmern, wegen deiner Allergien, hat er dich adoptiert. Mein Dad war ein Held. Er entschied sich, mich zu lieben und sich um mich zu kümmern, als es sonst niemand tat. Mir wurde klar, dass er noch viel erstaunlicher war als je zuvor. Ich sagte den Leuten, dass ich alt genug bin, um selbst zu entscheiden, wo ich leben will und dass ich auf keinen Fall meinen Vater verlassen würde. Sie sagten, sie würden die Akte ansehen und gingen wieder. Nach ein paar Tagen war die Angelegenheit geklärt. Mit der Zeit besserten mein Vater und ich unsere Beziehung. Ich hatte keine Angst mehr um ihn. Ich könnte nicht stolzer auf den Mann sein, der mich großgezogen hat, obwohl ich so eine Gürre war. Ich sah mir Videos von meinem Lieblingskanal My Story Animated an und überall waren diese Psycho-Väter, die so gemein zu ihren Töchtern waren. Ich konnte nicht anders, als mich noch dankbarer fühlen. Eines Tages sah ich einen Korb mit meinen Lieblingssachen. Ich drehte mich um. Shane? Natürlich war es Shane. Keith hätte mir nicht so ein nettes Geschenk schicken können. Ich habe den Brief bekommen und ich habe gehört, dass sich die Dinge zwischen dir und deinem Dad besserten. Es stellte sich heraus, dass Shanes Mutter die Mitarbeiterin der Schutzbehörde war, die meinen Adoptionsfall von Anfang an betreut hatte. Sie hatte Shane davon erzählt und er hatte bestätigt, dass Dad super war. Ich habe dich immer geliebt, Daisy. Warum hast du nie was gesagt? Ich hatte Angst, du würdest mich auslachen. Shh.